Hi Jungs, ich wollte nur sagen, dass ich jetzt einen neuen Prozessor habe, weswegen ich jetzt gleich versuchen werde zu streamen, das heißt jetzt gleich startet ein Stream, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet, einfach, der Link ist unten in der Videobeschreibung auf Twitch, PlaylikePhoenix, ich hoffe ihr seid da, ich bin hyped.